Wie spät ist es? Für Sie ist noch nicht zu spät, denn Sie können diese wichtige Subway-Drawing von Keith Haring am 9. Dezember ersteigern. Mit diesen Subway-Drawings wird Keith Haring über Nacht, kann man sagen, berühmt. Sie entstehen wirklich im Subway, das heißt im Untergrund. Und Keith Haring hat dort ein riesen Atelier, wenn man so will, und er muss schnell sein, denn er will ja nicht von der Polizei aufgegriffen werden. Man spürt das Temperament des Künstlers, wie er diese Männchen auf die Werbetafeln in der New Yorker U-Bahn zeichnet. Der Takt ist bis heute umgebrochen.